Täglich fahren tausende Menschen in Potsdam mit der Straßenbahn und dem Bus, zur Arbeit, zum Einkaufen oder nach Hause. Eine von ihnen ist Anna. Sie kann mit ihrem Verhalten viel dazu beitragen, dass ihre Fahrt mit dem Verkehrsbetrieb Potsdam so richtig entspannend wird. Anna verpasst knapp die Tram und ärgert sich. Der Fahrer hat sie doch gesehen. Aber Anna braucht sich nicht zu ärgern, denn der Fahrer kann nicht auf sie warten. Er bekommt ein Abfahrtssignal. Fährt er dann nicht los, muss er auf das nächste freie Signal warten. Das kann bis zu anderthalb Minuten dauern und andere Fahrgäste könnten ihren Anschluss verpassen. Da Anna das jetzt weiß, reagiert sie gelassen. Anna fährt oft mit der VIP. Eine Vierfahrtenkarte lohnt sich da. Schnell am Automaten gezogen, aber Moment. Anna erinnert sich, dass alle Tickets aus dem Automaten ja bereits entwertet sind. Auch die erste Fahrt mit der Vierfahrtenkarte. Erst ab der zweiten Fahrt muss Anna sie entwerten. So kann sie sich gleich hinsetzen und den Ausblick genießen. An der nächsten Haltestelle will eine Frau mit ihrem Kinderwagen aussteigen. Anna eilt zur Hilfe, denn sie weiß, dafür gibt es extra diesen Haltewunschknopf. Jetzt weiß der Fahrer Bescheid. Die Türen bleiben länger offen. Und die Frau ist begeistert von Annas Wissen. Mit diesen einfachen Tipps sind Anna und alle anderen Fahrgäste clever mit der VIP unterwegs.